Hubert, du darfst nicht gehen, du sollst bei uns bleiben. Ich vermisse dich jetzt schon ganz, ganz daheim. Hubert, wir wissen nicht, was wir tun sollen ohne dich. Hubert ist von uns gegangen, wir trauern alle sehr um ihn. Wir werden wohl noch lange bangen, ob wir jemals wiedersehen. Wir alle werden ihn sehr vermissen, trotzdem werden wir ihn heiter dissen. Ich find's nur sehr unlogisch, dass ein Geist steht, ist ja unbiologisch. Wir alle werden ihn vermissen, trotzdem werden wir ihn weiter dissen. Wir werden wohl noch lange bangen, ob wir ihn niemals wiedersehen. Hubert ist tot, gibt uns nicht mehr unser täglich Brot. Alle sind sehr traurig, denn Hubert war überhaupt nicht schaurig. Hubert wurde alt, er liebte sehr den Ball. Doch nun ist er nicht mehr da, nach so vielen hundert Jahren. Hubert war sehr nett, und auch überhaupt nicht fett. Er half jeden überall, das war jederzeit der Fall. Deutschland ist ein Spezialgebiet, auch Englisch war das Wasser Miet. Mathe konnte er jedoch, und auch versucht er sich als Koch. Es gelang ihm aber nicht so gut, er serviette den Gästen flampierten Hut. Jedoch war die Sehnen, die der Mut, obwohl er nirgendwo war gut. Hubert war ein netter Geist, als der Körer ist ihm der Zugegeist. Doch er machte alles wieder gut, beim Flumengießen erschuf er ein neues Influss. Hubert ist tot, gibt uns nicht mehr unser täglich Brot. Alle sind sehr traurig, denn Hubert war überhaupt nicht schaurig. Hubert wurde alt, er liebte sehr den Wald. Doch nun ist er nicht mehr da, nach so vielen Jahrhundert Jahren. Leute, irgendwie ist die Musik so ein bisschen langweilig. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, so ein bisschen bessere, so diskartige Musik zu machen? Okay, das war ziemlich cool. Also dann, drei, zwei, eins, go! Wart ist tot, krieg nummer im Dreck, lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Ähm, ja, irgendwie ist die Musik auch nicht so gut. Also so ganz kann man das nicht hinkriegen, irgendwie. Kann man da was anderes machen? Ich weiß nicht, so ein Trompetenzolo vielleicht? Ja, so ein Trompetenzolo, das wäre eine gute Idee. Okay, also ist da irgendwer, der Trompeten spielen kann, ja, spielt sie Trompeten, das wäre eine ziemlich gute Idee. Los! Oh, 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 oh! Ja, das war gut, Hubert. Äh, Hubert, warum bist du wieder da? Du hast ja selbst gesagt, dass ein Geist stirbt, ist ja unbiologisch. Äh, ich glaube, das war's dann. Wenn Hubert nicht tot ist, hört auch keiner mehr diesen traurigen Lied zu. Also ich würde dann sagen, bitte hört auf zum Musikspielen. Äh, aufhören mal zum Musikspielen, das wäre ein bisschen cool, finde ich. Äh, könnt ihr zum Musikspielen aufhören? Könnt ihr aufhören? Das klingt immer so toll, wenn ich da, wenn ich nicht mehr spiele, Playback, dann denken die Leute nicht mehr, dass ich gut auf ein Klavier spielen kann. Könnt ihr aufhören mit dem? Das ist wirklich nicht gut. Könnt ihr jetzt aufhören mit dem? Äh, bitte hört's auf mit der Musik. Ist das euer Ernst? Wirklich? Euer Ernst? Ich lube die Spur jetzt aus. Und, ja, das Lied ist eh schon aus. Also, um, tschüss.